Frau Dreyer, die Landtagswahl 2021 wirft ja irgendwie auch schon leichte Schatten, voraus ist vielleicht noch kein Schlagschatten, aber trotzdem so nach und nach geht es ja dann auch los mit den Positionierungen. Wenn Sie auf die Themen für die nächste mögliche Legislaturperiode schauen, welche sind es dann? Welche werden an Wichtigkeit vielleicht auch noch zunehmen? Na ja, erstmal gilt, dass dieses Jahr regiert wird. Wir haben uns wirklich sehr sehr fest vorgenommen. Ich bin gewählt ja für fünf Jahre und nicht für vier oder drei und drei Viertel oder so, sondern ich möchte gerne dieses Jahr tatsächlich wirklich durchregieren, weniger an Wahlkampf denken und da liegt der Fokus einfach auf dem Thema Transformation. Aber wir haben ja auch noch viele andere Themen zu bewältigen, die wir auch angehen. Zum Beispiel sind wir ganz gut, was das Thema Forcierung von sozialen Wohnungsraum betrifft. Wir haben natürlich auch im Bereich Klimaziele, das Nachverkehrsgesetz wird novelliert vom Verkehrsminister, also Themen, die eine große Rolle spielen. Bildung spielt bei uns immer eine große Rolle und das wird dann auch später so sein, wenn wir in Wahlkampf gehen. Da wird das Thema Veränderung in der Gesellschaft eine große Rolle spielen und das beginnt immer damit, dass wir unsere Kinder bestmöglichst ausstatten und alles mitgeben in der Schule, was sie brauchen, um einen guten Weg zu gehen. Aber eben es geht auch weiter mit Weiterbildung, mit neuen Arbeitsplätzen, mit neuen Optionen für die Zukunft und das Thema Gesundheit und Pflege spielt immer auch eine große Rolle. Und übrigens, weil wir ja auch so, zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz jetzt sind, will ich einfach auch noch mal sagen, wir sind ja sehr stolz darauf, dass wir in Rheinland-Pfalz die gebührenfreie Bildung haben. Ab zwei durchgehen bis zur Hochschule, aber auch beim Meister. Und das ist auch etwas, was unser Bundesland auszeichnet. Und das sind wir im Bereich Bildung immer auch Vorreiter in Rheinland-Pfalz. Wo vielleicht auch andere gerne mal ein bisschen drauf schielen wollen. Sie haben gerade eben auch schon ein Thema angesprochen, auch Gesundheit, Pflege etc. Wir haben nämlich auch die Zuschauer gefragt, welche Fragen Sie an Malu Dreyer haben. Hier wäre einer. Die Frauen finden immer weniger Hebammen, die sie nach der Geburt zu Hause betreuen. Und meine Frage an sie ist, ist die Politik in Rheinland-Pfalz da bestrebt, uns zu unterstützen, dass die Frauen auch nach der Entbindung gut betreut sind und dass die Familien einen guten und gesunden Stadt in das Leben mit ihrem Baby bekommen? Das ist eine tolle Frage. Und so zukunftsorientiert und zu gewandt. Die Hebammen sind uns natürlich ein riesen, riesen Thema, wie in allen Bundesländern. Aber wir haben schon lange eine enge Kooperation mit den Hebammen im Rheinland-Pfalz. Und wir haben ja auch sehr früh begonnen, damit die Ausbildung wirklich auch auf die akademische Ausbildung umzustellen. Jetzt ist es Standard. Es gibt das entsprechende Bundesgesetz dafür. Also gute Ausbildung, junge Frauen dafür zu gewinnen, in den Beruf einzusteigen. Und wir bemühen uns auch stark, immer wieder zu helfen bei den Rahmenbedingungen. Und ich glaube, die haben sich auch etwas verbessert. Es war eine große Schwierigkeit für Hebammen, entsprechende Leistungen im Zusammenhang mit der Geburtshilfe abzurechnen. Das ist nicht so ganz gut gelungen in der Vergangenheit. Da gibt es bessere Rahmenbedingungen jetzt, aber wir arbeiten weiter daran. Wir wünschen uns auch weiterhin Hebammen, vor allem auch in der Nachbetreuung von jungen Müttern, weil wir wissen, dass es sehr, sehr hilfreich ist für die Familien und eben auch für die Eltern. Also ein sehr wichtiges Thema, selbstverständlich. Ein anderes, das geht ein bisschen zwischen die Zeit, würde ich jetzt mal sagen. Eine weitere Frage. Hallo Frau Dreyer. Ich wollte mal fragen, wann die Politiker sich endlich dazu aufraffen, für das deutsche Volk wieder die Politik zu machen, damit das Volk wieder zufrieden ist mit den Politikern. Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen. Er hängt natürlich auch immer von den Themen ab. Aber man merkt natürlich auch, es gibt eine gewisse Unzufriedenheit. Ich hätte jetzt gerne gesagt Hallo Herr, aber ich weiß leider nicht, wie er heißt. Danke für die Frage. Ehrlich gesagt ist mein Bestreben immer, dass ich höre, was die Bürger und Bürgerinnen sagen. Da gehört zum Beispiel dazu, dass ich Reisen habe im Land regelmäßig und oft. Immer einmal im Monat ganz bestimmt, wo ich mit bestimmten Regionen fahre. Und einfach auch ihre Sommertour. Ja, auch. Die Sommertour mache ich aber das ganze Jahr lang. Und da gibt es immer am Ende von diesen Besuchen, gibt es immer einen Bürgerempfang. Da können alle kommen, die in der Region leben und sie können mir auch alle Fragen stellen. Und ich höre sehr gut zu. Ich will wissen, was Bürger und Bürgerinnen bewegt. Und wir versuchen, diese Dinge auch aufzugreifen, sodass die Leute wirklich das Gefühl haben, ja, ich höre und wir gestalten unsere Politik auch, damit Bürger und Bürgerinnen wirklich zufrieden sein können. Ich hoffe, dass unsere Zuschauer heute auch einiges mitgenommen haben von ihren Antworten. Frau Dreyer, vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, sich diese Zeit genommen haben und sich auch den Fragen der Zuschauer gestellt haben.